Moin zusammen und willkommen zurück zu unserer Bitcoin-Serie. Erstmal zumindest, natürlich geht es später noch weiter mit weiteren Kryptowährungen. Heute wollen wir uns allerdings mit einem Bitcoin-Feature beschäftigen und zwar den sogenannten Pay-to-Script-Hashes. Pay-to-Script-Hashes sind was ganz ganz Tolles, aber auch was verdammt Kompliziertes, wenn man es nicht ganz verstanden hat. Und deswegen ist es vielleicht sehr interessant für euch, wenn ihr sehr coole Sachen für die Blockchain sozusagen schreiben wollt, dann solltet ihr dieses Feature auf jeden Fall kennen. So, wir haben uns im letzten Video die Multi-Signatures angeguckt, wenn ich mich richtig erinnere. Das waren diese wunderschönen Dinger hier und die sind, naja, eher semi-optimal, sage ich jetzt mal. Denn bei einer Multi-Signature musste jetzt jeder Kunde angeben, hey, ich hätte ganz gerne ein Bitcoin an nicht einen Personen überwiesen, sondern ich will dieses Bitcoin eben an fünf Personen überweisen und davon müssen drei verfügbar sein, wie wir es jetzt hier eben zum Beispiel haben oder bei uns sind es jetzt gerade zwei. Das heißt, man musste dieses Skript hier überall reinstecken, in jede Bezahlung. Und das ist sehr, sehr unschön für den Kunden, denn dadurch werden die Fees von Bitcoin wirklich enorm groß. Und was wir jetzt eben machen wollen, ist, wir wollen diese Fees nicht mehr so enorm groß für den Kunden machen, sondern wir wollen das Ganze eben auf die Seite von den Leuten, die auch wirklich diese Public-Keys und so weiter und die Signature natürlich bereitstellen. Auf die wollen wir sozusagen jetzt die Fees ummünzen. Das heißt, die müssen dieses Redeem-Script und das Unlocking-Script bereitstellen und unser Gegenüber, das heißt, derjenige, der sozusagen an uns Geld überweist, der oder an diese fünf Personen Geld überweist, der soll jetzt einfach nur noch den Hash-Wert von dem Redeem-Script angeben müssen und schon war es das. Das ist eigentlich das grundlegende Prinzip von Pay-to-Script-Hashes. Das heißt, das Locking-Script, das jetzt der Kunde angeben muss, ist immer noch sehr, sehr kurz. Also einfach hier Hash 160 und dann der Hash-Wert vom Redeem-Script, also das ist der hier hier oben und dann einfach nur Equal. So, und das heißt, jeder, der dieses Skript bereitstellen kann, plus die Signaturen, die dieses Skript in dem Fall jetzt braucht, der kann dieses Geld für sich beanspruchen. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen, jeder kann doch dieses Skript vielleicht einfach so produzieren. Ja, ist korrekt, aber ich meine, es reicht ja nicht einfach nur das Skript zu produzieren, sondern man muss auch noch die beiden Signaturen bereitstellen können. Denn ansonsten wird dieses Redeem-Script hier niemals zu True evaluieren, wie wir gleich noch sehen werden. So, also das hört sich jetzt erstmal sehr, sehr kompliziert an. Es wird gleich noch ein bisschen komplizierter werden, dann wird es ja ein bisschen einfacher. Das heißt, wir schauen uns das Ganze jetzt auf dem Stack an. Achtung, wir haben jetzt zwei Stacks, weil ich einfach Platzprobleme hatte, ganz einfach. Und ja, wir machen das jetzt einfach mal so, wie wir es ausführen würden. Als allererstes wird ausgeführt, nämlich hier das Unlocking-Script. Ich habe jetzt hier diese spitzen Klammern genommen, anstatt von Push Data. Das sollte klar sein, dass es jetzt aber nicht wirklich irgendwas Spezielles, sondern es ist einfach eine Kurzschreibweise dafür, dass ich eben diese Daten auf den Stack schreiben möchte. Okay, wir fangen an. Unlocking-Script wird als erstes ausgeführt. Und ja, so ist es tatsächlich mittlerweile im Standard. Die Skripts werden mittlerweile sogar unabhängig voneinander ausgeführt. Und das ist eigentlich ein ziemlich wichtiges Feature. Plus Pay-to-Script-Hashes haben noch ein bisschen ein weiteres Feature, was wir uns gleich noch angucken werden. So, also zum nächsten Mal, wir fangen wieder von links an. Das Ding wird auf den Stack gepusht, das wird auf den Stack gepusht und dann wird das Redeem-Script auf den Stack gepusht. So, was ist das Redeem-Script? Naja, das Redeem-Script, wir springen jetzt einfach mal hier hoch, zwei auf den Stack pushen, Public Key 1, 2, 3, 4 und 5 auf den Stack pushen und die 5 auf den Stack pushen, weil wir insgesamt 2 von 5, Public Keys für diese Multi-Signature brauchen und dann wird Check-Multi-Sig ausgeführt. Check-Multi-Sig nimmt sich jetzt alles von dem Redeem-Script, also das ist im Endeffekt, also ich habe jetzt wie gesagt hier eine Kurzschreibweise gewählt, statt Redeem-Script auf diesem Stack steht halt das ganze Ding hier und das wird jetzt alles von Check-Multi-Signature eingesaugt sozusagen und von diesen 5 Public Keys werden jetzt hier eben 2 Signaturen gebraucht, das heißt, wir poppen erst die 5, dann die Public Keys, dann die 2 und dann die Signatur 2 und 1. So, und das evaluiert alles zu True und ja, dann steht allerdings immer noch das Redeem-Script da. Ich zeige es euch nochmal ganz kurz. So, die Signaturen hier unten, die sind jetzt theoretisch schon weg, praktisch ist aber noch das Redeem-Script immer noch vorhanden und das ist der Witz da dran, denn jetzt passiert nämlich folgendes, jetzt wird das Locking-Script ausgeführt auf dem Redeem-Script. Das heißt, wir hashen jetzt das komplette Redeem-Script hier oben mit dem Hash 160 oder mit sonst irgendwas, normalerweise verwendet man wie gesagt den Hash 160 und dann wird eben hier ein Hash-Wert von dem Redeem-Script verglichen. Das heißt, ich hashe das Redeem-Script hier oben, dann wird der Hash-Wert verglichen und dann wird das Ganze zu True evaluiert. Und dann ist diese ganze Transaktion valid. Das heißt, wir haben jetzt hier sozusagen zwei Ausführungen von diesem Redeem-Script. Einmal haben wir es hier gebraucht, um eben die Signaturen zu überprüfen und ein weiteres Mal haben wir es gebraucht, um diese Hash-Werte hier zu berechnen. Und da brauchte man irgendwie kein Duplicate oder sowas, sondern das ist tatsächlich ein Feature, das passiert automatisch. Okay, ja, das ist jetzt ein bisschen kompliziert gewesen. Allerdings kann man es, glaube ich, nachvollziehen. Wichtig ist allerdings hier, die Signaturen gehören nicht zum Redeem-Script. Denn ansonsten müsste ja derjenige, der hier dieses Locking-Script schreibt, schon wissen, was für ein komisches oder was für Signaturen dabei sind. Und das geht ja nicht. Also das Redeem-Script und die Signaturen sind unabhängig voneinander. Denn ansonsten müssten wir ja hier schon wissen, welche von diesen fünf Personen, welche zwei werden uns jetzt eine Unterschrift bereitstellen und wie genau sieht diese Unterschrift aus. Und das kann der Empfänger ja gar nicht wissen, denn das kann ja irgendein Zeitpunkt sein. Das kann ja, keine Ahnung, fünf Jahre in der Zukunft sein, dass man hier die zwei Unterschriften bereitstellt, weil die anderen drei halt abgesprungen sind und man jetzt eben nur noch zu zweit ist und dann sagt man, hey, okay, dann lass uns das Geld doch ausgeben. Also das wirklich sehr, sehr wichtig. Die Signaturen gehören nicht zum Redeem-Script. Es wird nur dieses Skript hier oben gehashed und das kann wirklich jeder erzeugen, denn die Public Keys, die sind wirklich öffentlich bekannt. Und ja, gut, zwei, fünf und checkmultisict sind öffentliche Befehle, die kann jeder hinschreiben. Gut, das ist so ein bisschen der Sinn dahinter. Normalerweise wird das Ganze allerdings vereinfacht. Und zwar, ihr werdet, wenn ihr mal ein Pay-to-Script-Hash erstellt, werdet ihr den nicht als, also ihr werdet nicht das komplette Redeem-Script an eure Klienten abgeben, sondern wie bei der Bitcoin-Adresse auch, werdet ihr einfach den Hash 160 abgeben. So sieht so ein Ding aus und ja, da ist jetzt sozusagen so ein Skript tatsächlich drin. Das heißt, hier steht zum Beispiel drin, als Hashwert jetzt alles ausgerechnet, zwei Public Key, Public Key, Public Key, Public Key, Public Key und ich glaube noch einer. Egal, fünf Public Keys halt und dann eine Fünf und dann checkmultisict. Und das alles wurde gehashed und da kam ungefähr das raus. Vorne dran steht bei Pay-to-Script-Hashes immer eine 3. Das heißt, normale Bitcoin-Adressen, die haben eine 1 vorne und wenn ihr eine 3 vorne seht, dann wisst ihr, okay, ich zahle jetzt gerade ein komplexeres Skript und unter Umständen habe ich jetzt hier natürlich sehr, sehr viele oder hat derjenige, der das Geld haben möchte, sehr, sehr viele Probleme, weil er zum Beispiel fünf Unterschriften bereitstellen muss und das ist aber nicht euer Problem. Ihr habt das Geld überwiesen und man kann sehen, dass derjenige das auch wirklich oder dass es zumindest angekommen ist. Das heißt, euer Geld, wenn das angekommen ist, kriegt ihr eure Waren oder was auch immer ihr da eben gemacht habt. Cool. Wichtig ist aber trotzdem noch, ich muss euch das nochmal ganz kurz zeigen hier und zwar, wenn ihr hier auch nur ein einziges Zeichen von einem einzigen Public Key falsch schreibt oder auch nur das Skript leicht abändert oder sonst irgendwas, dann ist der Hashwert von dem Redeem Script, den ihr hier angeben müsst, also sprich das, an das eure Clients überweisen, dann ist da alles kaputt, der ist komplett anders. Das heißt, wenn auch nur eine einzige Kleinigkeit nicht stimmt, auch wenn man hier sagen würde, zwei von vier Public Keys und sogar fünf angibt oder sowas, das reicht aus, dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Das heißt, der Hashwert von dem Redeem Script ist ein völlig anderer und ihr könnt dieses Geld nicht claimen. Das heißt, es ist immer noch gelockt auf der Blockchain und wenn ihr da auch nur einen kleinen Fehler beim Erstellen von dem Hashwert macht, an den die Leute überweisen, dann wird das Geld niemals claimbar sein für euch. Das heißt, ihr werdet zwar erhalten, es ist auf der Blockchain drauf, aber es ist für immer gesperrt, weil, ja, da kann natürlich sehr, sehr leicht ein Fehler unterlaufen und dass dann jemand gerade eben, oder wenn hier zum Beispiel jetzt zwei, dann fünf Public Keys und dann eine vier steht und dann Check Multi-Signature, so ein Skript kann es zwar geben, aber so ein Skript wird im Unlocking-Skript zum Beispiel hier niemals auf True gehen, weil das natürlich ein Fehler ist, weil wir hier fünf Public Keys haben und nicht nur zwei. Das heißt, das Ganze geht kaputt und ist niemals ausführbar, sprich, das Geld wird für immer auf der Blockchain verschimmeln und die Bitcoins sind für immer verloren. Das heißt, niemand kann die jemals wieder ausgeben. Gut, das heißt, hier vorsichtig sein, wenn ihr so ein Paid-to-Script-Hash erstellt und immer fünfmal überprüfen, lieber fünfmal überprüfen als einmal zu wenig. Gut, das war es von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid jetzt ein bisschen schlauer. Achtet auf die drei vorne und mal gucken, ob ihr was findet Schönes auf der Blockchain und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.